Das Grazer Architekten-Team LAW, Architecture and Urbanism Ziviltechniker GmbH, hat mit einem für Spar umgesetzten Gebäudekonzept ein ökologisches Meisterstück vollbracht. Der Supermarkt wurde aus nachwachsenden Rohstoffen in Modulbauweise errichtet, kann leicht umgebaut und umweltgerecht abgetragen werden, versorgt sich selbst mit erneuerbaren Energien und speist den überschüssigen Strom ins Netz ein. Der Supermarkt hat ein hochmodernes Energiekonzept. Die Abwärme der Kühlgeräte wird zum Heizen im Winter verwendet. Die kontrollierte Be- und Entlüftung schafft in Verbindung mit der Betonkernaktivierung ein behagliches Raumklima. Zusätzlich befindet sich am Parkplatz eine Photovoltaikanlage und im Mühlgang wurde eine Wasserkraftturbine zur Stromerzeugung installiert. Durch die Einhausung der Warenanlieferung gibt es keine Lärmbelästigung. Die Arbeit der Architekten wurde von der Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft mit der Goldmetaille zertifiziert. Als Architekt hat das Bauen im persönlichen Leben natürlich mit Abstand die größte Umweltbelastung vor allem anderen. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man hier möglichst ressourcenschonend und umweltfreundlich agiert.